Wir feiern dieses Jahr 50, 1968. Wir haben uns als Band vor allem durch die Hippie-Bewegung aus dieser Zeit inspirieren lassen. Unsere neue Single, unser neuer Videoclip, Be Free, feiert das Lebensgefühl und das Ideal von Flower Power. Das wichtigste Lied der 60er Jahre, wenn man schon von den Hippies spricht, ist All You Need Is Love von den Beatles. Das hat das Ganze ausgelöst, wie sie überall zu Trends gesetzt haben. Sie waren die Ersten, die lange Haare hatten. Sie haben eigene Musik geschrieben, eigene Texte geschrieben. Und beim Pop habe ich 1970 angefangen und mein erster Job war ein Trauriger gewesen. Die Beatles haben sich im April 1970 aufgelöst. Aber zum Glück haben wir immer noch die Musik von den Beatles und auch sonst die geniale Musik aus den 60s. Wir sind also bereit. Am 4. Mai erscheint die neue Single und der neue Videoclip von Last Avenue. Das Ganze heisst Be Free und ich sage Love and Peace.